So, hallo und herzlich willkommen zu der Watschen-Ausgabe von Let's Play WWE 2K16, meine Karriere, man, man, man. So, also, Battleground ist fertig, ne, wir hatten unser wunderbares Match gegen, gut, das sind Number 3 Contender für die IC Championship. Doch, seh klar, auch Badenis Barrett, alte Bekannte natürlich vor uns. Und was hatte ich gesagt, wenn wir bis SummerSlam nicht irgendwie in der Moe Contender werden oder bis SummerSlam nichts passiert, dann, dann, dann wechseln wir die Rangliste oder irgendwie sowas. Mal sehen, ne. Und auf jeden Fall, würde ich sagen, machen wir erstmal unser Match gegen den guten Batista. Unsere VC sparen wir nämlich auf folgendes, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, ich möchte auf Fire Up sparen, sodass wir Finisher storen können. Das möchte ich nämlich haben können. Aktuell sind 164 Leute dabei beim Livestream. Ich grüße alle Leute, die gerade live dazu, die mir dabei zugucken, wie ich die Karriere bestreite. Immer wieder nett, immer wieder cool, heute auch sehr aktiv im Chat. Was mich sehr freut und das Ding ist, wir haben wahrscheinlich nicht mehr das Match gegen Batista, denn das sieht sehr nah Eingriff aus, von wem auch immer. Das heißt, irgendjemand hat keinen Bock auf uns. Lass mich raten, wer wird es sein? Am besten nachts, da müssen wir auf den Siebers-Titel gehen. Das wäre natürlich... Ist es vielleicht Adrian Neville, Van Dango, Dorf Ziggler, Bad News Barrett oder Tyson Kidd? Was meint ihr, Freunde? Was meint ihr? Das geht doch nicht gut. Das geht doch nicht gut, Alter. Wer will jetzt was von uns? Und immer diese Ladezeit, ne? Leider bin ich jetzt sofort zu beschneiden. Naja. Batista braucht so lange. So viele Muskeln. Wir brauchen das Spiel jetzt mal drei Jahre zum Laden. So, Allen High in California. Na, wer will? Wer will? Bad News Barrett! Okay. Ich würde sogar sagen, wir nehmen die Fehler an. Denn er ist ein Number One Contender. Äh, weil... Was hat er denn gerade? Ja, ich würde sagen, wir machen einfach die Fehler. Lassen das hinter uns. Und hoffen, dass wir dann, wenn wir ihn besiegen, ein Number One Contender sind, sodass wir dann den Champion herausfordern können. Oder irgendwie so. Ey, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, oder nicht. Aber ich denke, das werde ich probieren. Aber wenn... Wenn es Leute jetzt schon direkt probiert... Ja, das Ding ist ja auch... Da müssen wir ja so oft gegen ihn antreten, ne? Beziehungsweise müssen wir gar nicht, weil die Fede ist uns ja gesichert, zum Beispiel sagen. Äh, wir haben kein... Ne, wir wollen eine Fede mit ihm haben. Und dann können wir ja im Prinzip alle unwichtigen Matches irgendwie... skippen. Oder springen, oder sowas. Ja. Macht das... Macht nicht das, bringt nichts, sagt einer. Ja, ich hab mehreres jetzt gehört. Manche sagen mir halt, ich soll einen Number One Contender herausfordern, beziehungsweise mit dem in eine Fede gehen, sodass wir halt in der Rangliste aufsteigen. Und manche sagen, ich soll einen Weg machen. Und das ist ein bisschen komisch. Oh, wir sind down. Down and out. Weight Barred. Keine Fede, glaub mir. Hm. Ich weiß nicht ganz, was ich machen soll. Da fragen wir doch direkt mal den Chat. In der Zwischenzeit. Ähm, weil ich weiß echt nicht... Einer sagen so, anderen sagen eher nicht so, deswegen machen wir jetzt eine Umfrage. Und zwar, äh, Fede mit BNB. Ja, nein. Ihr könnt mal eine Runde abstimmen. Und da gucken uns, ja, wir hätten jetzt ein leichtes, oder wir könnten das jetzt ganz einfach machen und sagen, ja, wir möchten die Fede haben. Oder ganz einfach machen und sagen, nee. So, die Abstimmung läuft. Das wird sehr knapp. Was hat uns das bedeutet? Eine Frage, die wir noch nie beantwortet haben. Er muss, glaube ich, Schmerzen sehr gerne mögen. Er hat die Tür zu seinem eigenen Retirement-Party Er mag Paine, weil das ist, was ich rauskriege. Ich werde ihn finden und ihn aus der Kommission bringen. So, jetzt ist die Entscheidung natürlich auf unserer Seite. Wollen wir eine Fede haben? Ja oder nein? Und die Mehrheit sagt nein. Es war nur knapp. 13 zu 17. Also 17 stimmen wir an die Mehrheit. Denn würde ich sagen, dass er meine Zeit nicht wert ist. Er macht mich sick. Er denkt, er kann mich rauskriegen und versuchen, ein Match mit mir zu machen. Er möchte, sich einen Namen für ihn zu machen, indem er in den Ring mit Großartigkeit zu machen. Nun, schau mal was. Er kennt mich alles schon. Okay, Zuschauer haben entschieden. Jetzt 19 zu 13. 21 zu 13. Alles klar. Dann gucken wir, was uns für Matches so vorgeworfen werden. Lass mich raten. Gegen Badmiss Barrett und Dove Ziggler bei Shay... bei Shaymin Spice, bei Smackdown. Können wir mal eben gucken. Ich hoffe einfach, dass wir in eine Mockadelle Match geschmissen werden oder was nicht alles. So Leute, also sobald wir irgendwie ein unnötiges Match haben. Ich skippe das. Ich skippe das. Ich sage euch das. Ich will euch das auch nicht antun. Wenn nicht, sind wir vielleicht in der nächsten Episode schon bei Cyberslam. Das wäre ja... Na, Smackdown, wenn ich's matchet an... Oh, Surprise! Surprise, surprise, surprise. Gut. Dann würde ich mal sagen, skippen wir das eben. Ähm... Ja, komm, das lassen wir einfach kurz laden. Ja, komm, Was brauchen wir denn da? Machen wir Disqualification, lassen wir Countout machen oder soll ich ein richtiges Match machen? Fragen wir mal eben. Ähm, was soll ich machen? Dequeue, Countout, ähm, verlieren, Match, spielen. So, stellte Abstimmen in der Zwischenzeit. Ähm, in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns einfach so ein bisschen. Wenn die Leute alle abstimmen und ich einfach mal gucke, was die Leute, was die Leute sagen, was sie mit diesem Match machen sollen. So. Ah, wenn du Dislikest wirst, schade einfach eine Fehlend gegen Reigns. Das wäre natürlich... Sleep of Doom, sagt einer. Das wäre natürlich... Ja, du kannst eine Tension mit einem Knife. Ich meine, niemand hat einen Hinweis auf. So, die gleichsten Leute wollen die Queue haben. Probieren wir das doch direkt mal. Dann machen wir die Queue gegen Badniss Barrett. Achso, warte. Der wollte vorher erst noch Skipper oder Bluwein machen. Ging nicht so optimal von starten. Äh, Fiek, die Backpfeife. Zack. Ich fliehe einmal um uns in Stühli. In Stühli. Komm hier mal raus. Und viel Spaß damit. Eheh, heyh, heyh, winner is badniss Barrett. Guck mal, ich hätte sogar wie er submission durch die Authority machen können. Ja. Eventuell mache ich die nächsten Abstimmung via Chat. Ähm, weil dann können auch alle mit abstimmen. ist mir ein bisschen doof. Da muss Hitbox an der App noch ein bisschen was machen. Match of the Year. Match of the Year. So, gucken wir mal, was bei Smackdown ansteht. Äh, Entschuldigung, bei Raw. Weil ein Match möchte natürlich in dieser Episode zeigen oder irgendwas. Nennenswerte, das kann er irgendwie nicht so ganz angehen. Sieben Minuten verplempert hier durch so eine Kack. Das wollen wir nicht. Das wäre, als hätten wir nicht schon oft genug gegen Badniss Barrett und Dossigler gewonnen. Okay, Dossigler haben wir verloren. Oh, Kalisto, das Match spiele ich. Gegen Kalisto wird interessant, werden wir nicht wieder angegriffen werden. Mal sehen. Das gibt es doch nicht. Wer will denn jetzt schon wieder was von uns? Guck mal, die guten Matches, die wir spielen könnten, werden uns nicht gegönnt durch Eingriffe und was nicht alles. Das ist ja echt kacke. Vor allem, wir sind jetzt in der zweiten Woche, das heißt, wir hätten die Fede schon wieder länger als SummerSlam. Oder ist das falsch? Jetzt Siegler, ich glaube auch. Oh, fällig, 78 Spende, 2 Euro. Mach weiter so. Danke, 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 Vielen Dank für die Flumen. Vielen Dank für die Spende via PayPal oder Facebook hat keine Ahnung. Na? Na ja, ganz was neu ist. Nerven Sie, zum zweiten Mal. Alter, was ist der Kacke? Neville, ich hab dir schon einmal gesagt, wie hab ich das im letzten Stream, in der letzten Aufnahme Session gerne gesagt, was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Du sollst mich nicht nerven. Oh, Pam. Alter, come on. Warum machen die keine coolen Environmental Grapples wie in S2A 07? Wow. Ja. Okay. Hey, hey, what you doing? Seit er schon mit Signature. Wollte Suplex sagen, warum auch immer. Wenn er einen als Signature Move hätte, wäre er natürlich sehr praktisch. Oh, wie wär's mit, na, macht er sogar. Ich wollte aber eigentlich auch so schwer machen jetzt, Hey, how about it? How about it? Nice. Scheiße. Hat er den Punkt bekommen, ne? Zählt jetzt schon als Match. Ich meine, wir haben jetzt schon die 10 Minuten genommen. Das nervt mich voll. Das wäre, oh, toll. So, also, da könnt ihr abstimmen, wie ihr wollt, aber nein. Mit ihm mache ich keine Fehler, weil mir eine Fehler mit Neville null und nichts bringt. Fuck you. Er ist nur Neville. You must be scared. So, he's not worthy of my time. Oh, tschüss. Das war dann eine tolle Episode. Lass mich raten, bei Smackdown. Was steht da wo bei Smackdown an? Was steht bei Smackdown an? Zickler oder BNB? Das ist die Frage. 50-50 Chance? Wir machen kurz die Abstimmung. Mal sehen. Zurücksetzen. Ich will mal sehen, was die meisten Leute sagen. Entschuldigung, ich mach wieder die andere Abstimmung. Wer wird mein Gegner? Kleine Interaktionsmöglichkeiten. Abstimmung? Yes, no. Irgendwie ist mein, ist mein Abstimmungsding kaputt gegangen. Ich möchte nämlich einfach mal gucken, was die meisten Leute schätzen. Wer unser Gegner jetzt sein wird. Entschuldigung, dann machen wir diese Episode kein Match. Ich mach dann so lange, bis ein Match kommt und es gibt so lange weiter. Wer wird der Gegner? Pass auf, da gucken wir mal. Haben wir so viele Abstimmungen heute in dieser Episode? Das geht ja gar nicht klar. BNB, Zickler, jemand anderes. So, stürmen wir mal ab. Ich warte mal kurz, ein paar Sekündchen und dann gucken wir einfach mal, wie ihr so entschieden habt. Ich mach schon mal auf Simulate to Next Event. So, weiter geht's. Okay, die meisten Leute sagen jemand anderes und sie haben leider nicht recht, denn Zickler ist es. Zickler war auf Platz 2. Tja, Zickler, du willst ihn also wissen, ja? Er ist so doof, eh. Ist er so doof? Ach Gott, eh. Was machen wir jetzt hiermit? Oh Gott, wer schreibt mir denn? Oh. Nein, ich kann gerade nicht telefonieren. Oder genau. Ähm. Ende. Deque. Countout. Spielen. So, entscheidet mal. We're all along for the ride on this one. But make no mistake about it. We're going to win. Zickler hat mich lieb, ich denke auch. Stehst du oder sitzt du? Ich stehe immer noch. Total, ich denke auch. Okay. Okay. Würde haben sie schon wieder fast entschieden, ist aber auch etwas knabber als sonst. Würde ich sagen. Ja, ich lasse noch ein bisschen laufen. Fieck. Komm. Also ihr merkt schon, bei Livestreams dabei sein ist ein einmaliges Erlebnis. Ihr habt ultimative Kontrolle. Nein, nicht ultimative, aber ihr habt ein bisschen Kontrolle. Wir wollen ja, wir wollen ja die Katze, was wollte ich sagen, die Katze im Hund lassen? Katze im Sack lassen? Warum sagt man das überhaupt? Äh. Okay, also die Mehrheit sagt wieder die Q mit zwei Stimmen Vorsprung vor Countout oder Nach-Countout vor Countout. Sollen wir recht sein. Nehmen wir uns diesmal ein Sledgehammer. Ja, gewonnen. Katze im Hund lassen, ich denke auch. Ja, dann wird was. Ja, was steht denn wo bei Raw an? Eventuell ein Match, wo wir attackiert werden? Who knows? So doof eben. So doof ist das. Ja, also. Katze im Dorf. So heißt das. Katze im Dorf lassen. Nicht Katze im Sack. Kirche im Dorf. Ach, so heißt das. Aber was war der mit der Katze? Warum komme ich denn auf Katze und Hund? Ach, keine Ahnung. So, so bei Raw. Wer ist unser Gegner? Okay. Und werden wir angegriffen oder haben wir ein richtiges Match? Wir werden wieder angegriffen. Wie gut ist das denn? Ja, und wer uns diesmal angreift, das erfahren wir dann in der nächsten Episode. das ist so doof. Das ist so behindert. So, vielleicht erkennt man daran, dass ich den Entschuldig nicht aufschalten kann. Das ist so doof eben. Drei mal miteinander. Wer unser Angreifer ist, wenn man so möchte, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Da war für coolen Blog-Aus. Euer Franz, bis nachher um 18 Uhr. Haut rein. Tschüss.